Dieter Jürgen, Didi, Hallervorden ist ein deutscher Schauspieler, Kabarettist, Sänger, Synchronsprecher, Moderator und Theaterleiter. Leben und Familie Dieter Hallervorden wuchs als Sohn einer Arzthelferin und eines Ingenieurs in Dessau auf. Er hat zwei Schwestern. Sein Großvater Hans Hallervorden war Landschaftsarchitekt der Joachim Ernst Stiftung im Wörlitzer Park. Wegen der Luftangriffe auf Dessau verbrachte Dieter Hallervorden während des Zweiten Weltkriegs einen Teil seiner Kindheit in Quedlinburg. Nach dem Ende des Krieges kehrte er nach Dessau zurück und schloss dort 1953 seine Schulausbildung mit dem Abitur an der Oberschule Philanthropinum ab. Er begann ein Studium der Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin und begegnete dort Viktor Klemperer, der einen faszinierenden Eindruck auf ihn machte. Wegen der eingeschränkten Meinungsfreiheit floh Hallervorden 1958 aus der DDR nach Westberlin, setzte an der Freien Universität sein Studium zunächst fort, um dann Unterricht bei der Schauspiellehrerin Marlies Ludwig zu nehmen. Daneben arbeitete er unter anderem als Fremdenführer, Bauhilfsarbeiter, Bierfahrer und Gärtner. Während seines Studiums wurde er Mitglied der Berliner Burschenschaft Rugia. Nach seinen eigenen Angaben plante er damals zusammen mit seinem Bundesbruder Kurt Eberhardt ein Attentat auf Walter Ulbricht, das sie jedoch durch die Intervention einer Freundin Eberhards nicht ausführten. Nachdem Bewerbungen an der Max-Reinhard-Schauspielschule sowie beim Berliner Kabarett die Stachelschweine erfolglos gewesen waren, gründete er in Westberlin 1960 die Kabarettbühne Die Wühlmäuse, der er bis heute als Direktor vorsteht. Im Jahre 1966 wurde Hallervorden während eines Auftritts in Berlin wegen Mordverdachts verhaftet, nachdem ihn die Bild-Zeitung mit dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten in Verbindung gebracht hatte. Kurz darauf wurde er wieder freigelassen, der Vorwurf gegen ihn hatte sich als völlig haltlos herausgestellt, die von der Bild-Zeitung stilisierte Kronzeugin war, wie bekannt wurde, siebenmal vorbestraft, unter anderem wegen vorsätzlicher Falschaussage. Dieter Hallervorden hat vier Kinder. Sohn Dieter Jun. Und Tochter Nathalie aus seiner ersten Ehe mit Rothraud Schindler sowie eine weitere Tochter Laura und Sohn Johannes von seiner zweiten Frau Elena Blume, mit der er 25 Jahre verheiratet war. Dieter Hallervorden ist seit etwa 2015 mit der ehemaligen Standfrau Christiane Zanderliiert. Er wohnt abwechselnd im Chateau de Costa Aires auf einer Insel vor der bretonischen Küste, das er 1988 erworben hat, und in Berlin. Er besitzt eine Briefkastenfirma in Luxemburg. Beruf Seinen ersten Leinwandauftritt hatte Hallervorden 1960 als Statist im Spielfilm Die 1000 Augen des Dr. Mabuse. Erste Erfahrungen als Schauspieler sammelte er an der Berliner Tribüne und an der Wagantenbühne. Schon bald nach Gründung der Wühlmäuse folgten Fernseh- und Filmauftritte, unter anderem im Fernsehfilm Das Millionenspiel, in dem er den Gangsterboss Köhler spielte. 1974 sah man ihn neben Arno Aßmann im Fernsehthriller Der Springteufel als einen aus der Irrenanstalt entflohenen Anhalter. In den Serien Abra Mac Abra, Grand Gala und Das Lästerlexikon profilierte er sich als Satiriker und Komiker. Der Durchbruch folgte 1975 mit der Slapstick-Reihe Nonstop Nonsense des Süddeutschen Rundfunks. Zu den bekanntesten Nonstop-Nonsense-Sketchen zählen der Zumsel, Palimpalim und die Kuh-Elsa. Zudem gab es einen Vorabfilm zu der Serie mit dem Titel Herr S. Kommt nicht zum Zuge. Dieter Hallervorden veröffentlichte eine Reihe von Musiktiteln. Ich bin der schönste Mann in unserer Mietskaserne, Du, die Wanne ist voll, Fatima, heute ist Ramadan, Superdoodler, Punker Maria, tierischer Tango und der Würger vom Finanzamt. Ab 1980 widmete sich Hallervorden als Drehbuchautor und Schauspieler hauptsächlich dem Kino und entwickelte dort die tollpatschige Figur Didi weiter, die durch Nonstop-Nonsense zu seinem Markenzeichen geworden war. 1992 kehrte er zum politischen Kabarett zurück, zunächst auf Sat. 1 mit 21 Folgen der Sendung Spotschau und von 1994 bis 2003 im ersten mit Hallervordenz Spotlight. Für die ARD moderierte er von 1996 bis 1997 die Sendung Verstehen Sie Spaß? und produzierte 2012 Folgen der von Frank Lüdecke geschriebenen Familienkomödie Zebraller. Von 2005 bis 2010 gehörte er zum Team der Comedy-Falle auf Sat. 1. In der 2011 auf ProSieben erst ausgestrahlten zweiten Staffel des Comedy-Formats Old Asbastards war Hallervorden mit anderen prominenten Gaststars wie Erika Berger und Ingrid van Bergen zu sehen. Mit seinem musikalischen Soloprogramm mit dem Gesicht sowie mit den Boulevard-Komödien Dinner für Spinner und die Nervensäge feierte er große Erfolge in seinem Theater Die Wühlmäuse in Berlin und im anhaltischen Theater in seiner Heimatstadt Dessau. Seit 2001 veranstaltet das Kabarett-Theater, Die Wühlmäuse, in jedem Jahr das große Kleinkunstfestival unter Leitung von Dieter Hallervorden. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden treten fünf Künstler gegeneinander an, um den Jury- und den Publikumspreis für sich zu gewinnen. Der Berlin-Preis und der Ehrenpreis gehen an gestandene Comedians und Kabarettisten. Weitere Künstler und »Handwerle-Szene«-Nachwuchstalente tragen zur Abendunterhaltung durch Gastauftritte bei. Als Moderator fungiert Dieter Nuhr. Seine Autobiografie »Wer immer schmunzelnd sich bemüht« erschien zu seinem 70. Geburtstag Anfang September 2005. Sein autobiografisches Kabarettprogramm »Stationen eines Komödianten«, das er gemeinsam mit Harald Effenberg aufführt, hatte am 8. Februar 2008 in Berlin Premiere. Hallervorden arbeitet auch als Synchronsprecher. Er ist die deutsche Stimme von Marty Feldmann in dessen Fernsehserie »Marty« und die von sämtlichen Figuren in der Kinderserie »Die Wombels«. Seit September 2008 spricht Hallervorden für den Kieker die Figur des »Professor Gehirnkopf« in der Zeichentrickserie »Cosmic Quantum Ray«. Ende 2008 vergab die Stadt Berlin das Schlossparktheater nach einer Ausschreibung an Hallervorden, der einen zehnjährigen Mietvertrag unterschrieb und mit privatem Geldumbauarbeiten am Theater durchführen ließ. Ihm wurden fünf Jahre Mietbefreiung gewährt. Am 1. September 2009 nahm die Spielstätte ihren vollen Spielbetrieb wieder auf. Neben zahlreichen Gastspielen von prominenten Kollegen steht Dieter Hallervorden auch selber auf der Bühne. Ende 2011 – Anfang 2012 gab es Rassismusvorwürfe seitens Bühnenwatch gegen Dieter Hallervorden und Joachim Bliese, da in dem Theaterstück »Ich bin nicht Rappaport« die Figur des schwarzen Mitch Carter mit Bliese als Blackface besetzt worden war. Im Januar 2015 geriet Hallervorden in ähnlicher Thematik in die Schlagzeilen. Die Berliner BVG hatte von prominenten Durchsagen der U-Bahnhöfe machen lassen. Dieter Hallervorden kündigte die Mohrenstraße an, für deren Umbenennung sich der Verein »Berlin Postkolonial« seit längerem einsetzt und dementsprechend angesichts der Blackfassing-Debatte von 2012 protestierte. Ab 2010 übernahm der bislang überwiegend als Komiker bekannte Hallervorden verstärkt ernsthafte Rollen in Kino- und Fernsehproduktionen, für die er auch Auszeichnungen erhielt. So war er 2012 als Kinderschänder in dem Thriller »Das Kind zu sehen«, spielte 2013 die Hauptrolle in dem Filmdrama »Sein letztes Rennen« und 2014 einen schwer an Alzheimer erkrankten Mann in »Honig im Kopf«. Anlässlich der Corona-Krise entschloss sich Hallervorden im April 2020 das Projekt »Geist mit Humor« ins Leben zu rufen, welches live aus dem Berliner Schlossparktheater übertragen wird. Die Live-Übertragungen werden ohne Publikum, reduziert und thematisch vielfältig präsentiert. Die Aufführung wurde auf Facebook und YouTube übertragen. Hallervorden nahm im Jahr 2020 als das Chamäleon verkleidet an der Gesangsshow »The Masked Singer« auf ProSieben teil und erreichte Platz 5. Dabei avassierte er zum Publikumsliebling. Politisches und gesellschaftliches Engagement zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1975 und zur Bundestagswahl 1976 war Hallervorden mit den Wühlmäusen für die FDP unterwegs. Zur Bundestagswahl 1980 warb er als Repräsentant der liberalen Aktion in 36 Städten in Nordrhein-Westfalen für die FDP. Dazu spielte er als Werbefigur beim FDP-Wahlwerbespot 1983 die Hauptrolle, in dem er für die schwarz-gelbe Regierung warb. 2016 war er Teil der FDP-Kampagne zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Bei der österreichischen Romy-Verleihung 2015 in Wien nahm Hallervorden den Preis als bester Schauspieler entgegen, bedankte sich und fügte hinzu. Und morgen führe ich die Romy heim ins Reich. Mit der Parole »Heim ins Reich« hatten die Nationalsozialisten u. a. für den Anschluss Österreichs 1938 geworben. Auf Rückfrage eines Bild am Sonntag-Reporters antwortete Hallervorden. Ich weiß sehr wohl, was ich gesagt habe. Das war eine bewusste Provokation, die ich mir sehr gut überlegt hatte. Er habe an die deutsch-österreichische Geschichte erinnern wollen. Vor dem Zweiten Weltkrieg sind die Österreicher mit wehenden Fahnen zu Nazideutschland übergelaufen. Nach dem Krieg haben der österreichische und der russische Außenminister vereinbart, dass im Staatsvertrag festgeschrieben wird, dass Österreich keine Schuld am Zweiten Weltkrieg trifft. Was bedeutet, dass das Land keine Reparationszahlungen zu leisten hatte, diese lasteten auf den deutschen Schultern. Hallervorden betonte, dass er nicht zu Recht im Gedankengut aufrufen, sondern vor Rechtsextremismus warnen wolle. Hallervorden veröffentlichte 2015 anlässlich seines 80. Geburtstags ein Musikvideo zu seinem Dankeslied an seine Fans mit dem Titel »Ihr macht mir Mut«. Den Verkaufserlös spendet er der Flüchtlingshilfe. Als Reaktion auf die Kritik an Jan Böhmermanns Schmähkritik veröffentlichte Hallervorden im April 2016 den Song Erdogan »Zeig mich an«, dessen Musik auf dem Nahalla Marsch fußt. Wenig später kritisierte er in diesem Zusammenhang auch die deutsche Bundeskanzlerin mit dem Lied »Merkel«, zu allem bereit. Im August 2021 positionierte er sich in einem Statement gegen das »Gendern« und sprach in diesem Zusammenhang von einer »Vergewaltigung der deutschen Sprache«. Sprache müsse sich natürlich entwickeln und nicht unter Zwang, so Hallervorden. Zur entsprechenden sprachlichen Regelung in seinem Berliner Theater sagte er, »Das Schlossparktheater wird, solange ich da ein bisschen mitzumischen habe, sich am Gendern nicht beteiligen.« Auszeichnungen 1981 Bambi 1982 Goldene Ehrenmütze der großen Brühler K. G. Fidele Bröhler Sternchen Falkenjäger Blaugold von 1973 e. V. 1996 Telestar Beste Moderation Unterhaltung 2003 Deutscher Comedypreis Ehrenpreis 2005 Bayerischer Kabarettpreis Ehrenpreis 2006 Ehrenbürger der Stadt Dessau 2009 Berliner Bär 2009 Steiger Award 2009 Goldener Vorhang für sein Lebenswerk 2009 Pri Pantheon 2010 Krefelder K. Ehrenpreis der Kabarettgruppe Die Krähen Krefeld 2011 Goldener Vorhang des Berliner Theater Club e. V. für seine Rolle in die Socken Opus 124 am Schlossparktheater 2012 Verdienstorden des Landes Berlin 2012 Goldener Vorhang des Berliner Theater Club e. V. für seine Rolle in Ich bin nicht Rappaport am Schlossparktheater Goldene Kamera 2013 Tektmeiers Erben Ehrenpreis des Wettbewerbs für Bühnen Originale für sein Lebenswerk 2014 Münchhausenpreis 2014 Jupiter 2014 Deutscher Filmpreis Beste Darstellung – Männliche Hauptrolle 2015 Ernst Lubitsch Preis 2015 Romy in der Kategorie Beliebtester Schauspieler Kino – TV Film 2015 Bambi in der Kategorie Ehrenpreis der Jury 2015 Satire Stern auf dem Walk of Fame des Kabaretts 2016 Medienpreis für Sprachkultur 2016 Goldene Henne in der Kategorie Lebenswerk 2016 Goldener Vorhang des Berliner Theater Club e. V. 2021 Karl-Valentin-Orden 2021 Smago Award